Kannst du ja hier an der Dingsmars 4 gleich ran setzen, hier wo ich bin? Ähm, ja, wenn ich dann nicht mehr ohnmächtig bin. Scheiße. Du bist ohnmächtig? Ja. Zu spät getrunken, oder? Nein, ich glaube, weil Ausdauer am Arsch war. Hab ich gar nicht drauf geachtet. Ja, ich kann wieder stehen. Okay, dann warte ich essen. So, jetzt kann ich alles machen. Also Handschuhe, Mütze. Ja. Ich brauch nur noch Stroh. Hast du Stroh über? Äh, ich hab noch gar kein Holz gesammelt und sowas. Bin nur die ganze Zeit am Büschel abgrasen hier. Ja. Brauch Stroh. Ähm... Aber ich kann jetzt erst mal nicht mehr sammeln. Okay. Wieso bist du voll? Nein, mein Life ist zu weit runter. Nein, hab ich genug. Ja, ich kann... Also, wo ich hier bin, da kannst du dich bestimmt erholen. Na, ich mach erstmal ne Axt. Wo bist denn du eigentlich schon wieder? In der Nähe von der Wasserquelle? Immer noch ganz in der Nähe. Ach so. Alles gut. Also, wir haben jetzt eigentlich, denke ich mal, einen relativ guten Platz gefunden, ne? Ja. Hier, wo ich bin. Hier ist keine... Keine Hitze, kein Dessons. Hier haben wir da Wasserquelle in der Nähe. Also, es wäre eigentlich erstmal, denke ich mal, ein guter Start. Hier, wo ich bin. Also falls du Bären haben willst, ich hab genug. Ja, Essen wird langsam knapp. Ich hab genug Bären und Kaktus und keine Ahnung was alles. Ähm... Also ich hab hier auch schon relativ gut was freigeräumt. Ähm, komm mal her. Ja, warte. Yay. Pintake kannst du ja eigentlich alleine machen, ne? Weil da fehlen mir grad noch ein paar Riesen. Ähm, ja, warte mal. Ähm... Oder fehlt dir was? Ne, warte mal kurz. Ähm, hier. Warte. Ah, danke. Mejo Berries. Ne, mir fehlt einmal Holz und 10 mal Stroh. Weil ich nur die ganze Zeit am Däfung sammeln bin hier. Hier ist... So eine Fackel. Nehm dir. Rechts. Ähm... Ja, warte mal kurz. Bleib mal hier. Ich hab gerade Ausrüstung für uns gecraftet. Einmal das. Einmal das. Und... Einmal das bekommst du. Na, zieh dir mal was an, eh. Thank you. So... Bleib aber bei dem Hut. Ich hab jetzt diesen... Ja, den Hut, den wir zum Anfang hatten da. Diesen... Safari? Safari Hut. Du hast jetzt den Däfungs genommen oder? Ich hab den Cowboy Hut. Wie fährt doch die Feitsche. Wie sieht deine Lebensenergie wieder aus? Äh, ist wieder voll. Gut. Aber jetzt hab ich auch die Axt zum Holz sammeln. Ja, jetzt... Aber holz hier nicht so viele Bäume ab, ne? Wegen dem Schatten. Den großen... Oh, der Schatten... Der Schatten bleibt trotzdem. Ja? Bist du sicher? Ja. Ja. Ich erinnere dich dran, wenn der Schatten weg ist, ne? Ja, mach mal. Aber jetzt ist grad nicht mehr so heiß, also... Es... Wird bald dunkel. Wahrscheinlich. Also können wir Dinos. Achso, du hast die Dino-Brille weggeschmissen, ne? Ja. Räuchte mit. So, ich glaube, ich habe jetzt genug zu fressen. So. Ich kann das wegschmeißen, das wegschmeißen. Die wegschmeißen. Das kann weg. Ähm... Jo. Das brauche ich auch nicht. Das kommt erst mal ins Inventar. Das da hin. Jo. Ich brauche mehr Faser. Äh, komm her. Hier. Dürft ihr wo reichen? Was, 116? Ja. Nein. Reichen jetzt was anderes. Wieso? Wegen der Hütte. Ich brauche, äh... 15... Ja, damit kann ich... Okay, dann brauche ich noch mehr Stroh. Da habe ich erstmal vier Fundamente. Ja, ich sammle noch Faser. Vorhin durch meine Sammelaktion, glaube ich, 300 Fasern gehabt oder so. Hm. Du rennst ja so langsam. Ja, weil ich gerade croppede. So. Und... Okay. Ähm... Äh, ich hebe mir die Mann auch auf, die Endkampung, aber... Äh, ich hieb's Essen noch auf. Ähm, was wollte ich jetzt? Ouch. 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 Nicht so weit von der Wasserquelle weg. Wer? Du. Wieso? Bin auch gar nicht so weit weg. Äh, ich mein los. Nicht, dass du dich wieder verläufst. Nee, ich bleibe ja in der Gegend hier. Ich bin ja gerade hier am Kakteen sammeln. Hm. Aber die Kakteen bringen keine Nächsten, ne? Nur wenn du draufschlägst, glaube ich, irgendwie so. Bis du steigst in Wasser. Wenn ich draufschlage? Ja. Ach so, diese großen Bäume, oder was? Nee, die Kakteen. Die kleinen Pflanzen. Ja, die Kakteen, nicht die Bäume. Ich kann da nicht draufschlagen. Passiert nix. Nee, nicht die ganz kleinen Dinge. Die großen. Ach so. Äh, darauf schlägst. Schreib's doch einfach mal in die Kommentare, ob das hier auch Kakteen sind. Ja, das sind Kakteen, aber keine großen Kakteen. Ja, man. Okay, ey. Schreib mich nicht so an. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wow, wow, wow. Alter, das sieht ja gerade so aus, als würde er dich angreifen. Was? Was war das? Das ist ja ein Dino. Ach, das wieder hinten? Ja. Alter, der rennt hier durch die Gegend. Ist der denn wahnsinnig? Der ist wie Odin, der hat gerade seine fünf Minuten. Alter. Freundchen, komm du mir mal wieder zurück. Ich hau dich um. Und jetzt müsst ihr zurückkommen, dann renn ich schreiend weg. So, ich hab mir mal ne Kiste hingestellt, ne? Hm. Das Zeug, dass wir erstmal nicht brauchen. Ja, wir brauchen noch ne Kiste für Essen oder so, ne? Ja, du, äh, wir brauchen erstmal Essen. Ja, wo ich die ganzen Bären den ganzen Scheiß hier reinschmeißen kann. Hm. Und dann können wir ja wieder so ein Baumaterial, Kisten, Zeugs machen. Ja, ich mein bloß, weil ich vorhin, okay, ich bin immer noch fast voll. Ja, bei mir ist immer noch alles voll. So, jetzt hab ich sieben. Ja, ich muss auch was ablegen, weil ich bin komplett voll hier. Ey, Alter, ich hab grad mal 85 Fasern gesammelt. So. Die schmeiß ich da mal rein. Dann kommen da die Steine noch mit rein. Ich schmeiß mal die Fasern auch mit rein, ne? Ja, schmeiß alle rein, was du nicht brauchst. Ähm... Außer die euren Samen, die brauchen wir ja noch nicht, ne? Was für ein Ding? Die Samen. Nö. So, und den Rest kann ich eigentlich wegfeuern. Diese Tinto-Bären, bringen die auch was? Welche sind die Tinto-Bären? Ach, die sind sehr lecker. Na, dann schmeiß ich die da auch mal rein. Ups. Okay, da geht nicht mehr. So. So, ja. Ähm... Ähm... Was nehmen wir denn als nächstes? Konservierendes Salz. Lehm. Ja, einige Dinger sind noch von ARC und einige Dinger sind noch neu, ne? Äh, ja, es gibt neues Zeug, zum Beispiel Salz oder... Äh... Soll ich... Äh, setz mal Punkte auf den Stößel, oder was? Auf was? Auf den Stößel. Auf den Mörser. Ja. Können wir nämlich Mörser dann auch noch machen und... So. Okay. Hey, wir haben ja schon mal eine Hütte. Hä, 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 das nennt du Hütte? Äh, naja, eine Plattform. Ja. So, ich brauch... Willst du hier hinten auch noch zwei Dinger ransetzen, oder? Äh, hier ja, aber hier hinten kann ich nicht mehr so wirklich, weil sonst sieht das Haus komisch aus. Na ja, da guck ich nachher irgendwann später. Also dreimal drei wieder erstmal, ja? Am Anfang ja. Gut. Aber ich brauch halt noch Holz und Stroh und... Also ich friere, aber jetzt kann ich ja wenigstens Feuer werden. Ja. Ich besorg jetzt auch mal ein bisschen Holz mit. Problem ist auch, so viel Holz ist hier gar nicht in der Nähe. Ja, das ist ja die schöne Herausforderung, ne? Und wir müssen dann halt auch aufpassen, dass wir uns... Äh, nicht zu weit entfernen und gekillt werden, ne? Also ich bleib so in der Nähe, dass ich immer noch das Licht sehe. Wieder erschöpft. Ja, und der Hunger und der Durst steigt, sinkt, wie auch immer. Und meine primitivische Spiegel ist kaputt. Ah, ich kann sie aber wissen. Nein, nicht mit der Zaust. Ähm... Nein. Gut, ich hab erstmal wieder ein bisschen Holz gesammelt. Was du benutzt kannst, Holz und Stroh. Ich schmeiß einfach mal an die Truhe rein. Jo. Ich glaub, ich glaub, ich muss nachher mal Licht anmachen. So. Jetzt haben wir 86 Holz und 24 Stroh liegen jetzt drin. Ja, Stroh hab ich auch noch an die 150, aber Holz brauch ich noch. Und Fasern hast du bestimmt auch genug. Ähm, Fasern hab ich schon alles reingeschmissen. Achso, ne, ich hab da noch nicht reingeguckt. Achso. Ne, waren nicht so viele Faser, waren glaub ich 80 oder so. 85. Weil ich zum größten Teil nur Kakteen hatte hier. Hm. Zum Sammeln. Ne, ich muss jetzt sowieso zurück. Beste. Aber ich sammle mal wieder ein paar Büsche ab. Weil wir bestimmt noch ein paar mehr Fasern brauchen. Ja. Ich bin jetzt auch auf dem Weg. Weil ich auch verhungere. Und dann auch gleich verdurste. Und jetzt ist es richtig eisig. Ich hab einen Eiswürfel bei mir. Ja. Aber komisch ist, dass die... Ähm, meine... Emsenergie nicht sinkt. Na, noch nicht. Ähm... Essen. Jo. ich brauche viel mehr zum essen was da ist doch genug in der Truhe drin ja ich weiß nicht ob das reicht da sind an die 200 hier Bären drin ja und fress nicht so viel meine Hungerreise ist komplett un ja warum isst du denn nicht regelmäßig was selber schuld ja das ist wie im real life selber schuld bei 70 WN müssen ja wohl reichen äh hier Kaktus Zeug ist da auch noch drin so ich komme auch mal wieder schon ein paar Büsche abgegrast habe ich jetzt an Fasern hier hier ist ein 200er stack Faser noch mal Faser wir sind ein paar Steine äh Steine brauche ich noch nicht hier ist Sand guck mal guck mal hier ich habe Seide gefunden juhu Narko Berries noch hier sind noch Mecho Berries hier sind noch Tinto Berries Arma Berries Azul Berries Kaktussaft ja und den Rest kann ich glaube ich wegschmeißen ne du Pfeifen äh weg und weg brauchen wir nicht so du kannst ein wenigstens jetzt schon äh hast schon ein paar Wände gecraftet oder ja ich war nur noch auf die Tür und den Türrahmen ey mir wird nicht warm oder dauert das ein bisschen keine Ahnung ist einziges wow mir ist zu heiß gehen in den Untergrund was ich denke gerade irgendwas mit gehen in den Untergrund ey alter mir ist gerade äh brennig Alter ich brenne ich brenne brennst nicht aber mir ist auch heiß hä irgendwie wie woher kommt das ich hab keine Ahnung aber ich sehe hier lauter Funken irgendwie ja siehst du auch lauter Funken? ja ich sehe immer noch lauter Funken mir ist immer noch heiß obwohl ich schon weit weg bin vom Feuer ich sehe immer noch lauter Funken Alter wer hat denn wieder Benzin drauf gekippt? hm wo ist denn die Feuerquelle? äh die Feuerquelle soll ich schon die äh äh trinken? ich trink mal einfach was pfff 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 äh 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 äh